Moment. Okay, die hab ich. Tschüss. Ich hab eine Überraschung für euch. Nämlich, dass hier ich weg bin. Oh, 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 oh. Ah. Ja, die habe ich gerade. Ich habe keine Auswegsmöglichkeiten hier. Nein. Ich. Jo. Ich würde sagen, wir haben genug gemacht. Oh, ich habe noch eine Überraschung. So. Machen wir alles platt hier. Ich gehe mal wieder rüber. Ah, das ist ein langer Part. Das Schlimme ist, man kommt gar nicht mit rein. Selbst mit Verkleidung könnte ich da nicht reingehen. Wir müssen das jetzt im Abwechsel machen. Guten Tag. So, jetzt gehen wir noch runter einkaufen nochmal. Ich brauche noch Fähigkeiten. Rauchbomb können wir voll machen, definitiv. Sicherheit. Kirschbombs. Habe ich drei schon verballert wieder? Achja. Ich hatte ja die aus Versehen geworfen. Geldbeutel, Munizium brauche ich nicht. Medizin. Immer wichtig. Und die Berserkerchen. Full gekauft. So. Leider nicht. Oh. Ähh. Wir können das jetzt ganz einfach machen. Ich schau mal gerade. Was gibt es da nicht ey. Was kann ich defendieren ey. Ich kann den von hier nicht äh. Kopf Oh, ich nicht So Und tschüss Doch, ich habe hier den besten Plan gerade, ich laufe einfach von A nach B Es sind noch so viele da oben Das ist dann roter Und das ist dann eigentlich Es wäre jetzt scheiße, wenn ich ein Spiel abschützen würde So, dann komme ich hier hoch Und habe alles in Ruhe Shit Hallo Hallo Arnaud Monsieur Germain Wie passend euch bei der Wiedergeburt des Templer Ordens zu treffen Immerhin Wart ihr auch beim ersten Schritt dabei Monsieur de la Serre Ich wollte, dass er versteht Der Orden war korrupt geworden Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien Doch ihr habt das korrigiert Oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze Der la Serres Tod war nur der erste Schritt Nun folgt das Meisterstück Muss sie ließ Bürger, ich sterbe unschuldig Meine Herren, ich bin an allem unschuldig Wessen man mich beschuldigt Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge Der König ist Nur ein Symbol Ein Symbol kann Angst schüren Und Angst sorgt für Gehorsam Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen Wie ihr seht Für diese Wahrheit ist der Mole gestorben Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als ein Glanz von Gold in der Sonne Wenn die Krone und die Kirche im Stau beleben Wenn die Krone und die Kirche im Stau beleben Werden wir, die das Gold haben, die Zukunft vormen Jack Ah Sehr grün schön Nun entschuldigt mich Einen schönen Tag noch Schüttet ihn Los Ein guter Auftritt Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben Schützt den Großmeister! Hütet sie! Elise, wir müssen los Ich schaffe das! Hol dir Samar! Ich hab dich nicht Das ist es nicht wert. Gut. Elise, warte! Verräter, gemäßigster Hohenswort. Verdammte Verräter! Ich bin genau hier für den Schein. Sie darf noch mehr nicht erreichen. Elise, es ist vorbei. Bekirchen, huhen Sohn. Diesmal nicht. Das habe ich vorhin alles auch eingekauft. Oh, komm weiter. Go, go, go. Oh, Kapitän Bischof. Wer hat denn je von einer friedlichen Revolution gehört? Vasile, Gastbüla-Maschua! Leer. Er muss zu Fuß unterwegs sein. Elise! Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Ach ja, diese Frau. Diese, diese Frau. Da. Machen wir mal. Schnellreise. Ja. Eine Snealreise. Kann ich beim Liedruhe noch lernen. Mal eben Vorrat einkaufen. Dann habe ich wieder genug. Ein paar Betäubungsbomben da. Weil er wieder ein Ziel war. Manche Ziele sind wirklich plem plem. Manche sind okay, die kann man auch ausführen. Die sind auch sinnvoll. Berührungswasser nicht, Berührungsbrot nicht, weil es alles... Da ist er aber so abgedeckt am Betäuben. Nach Schwachsinn. Oh. Oh, oh. Ich sehe gerade schon was. Jetzt haben wir gleich nach dem Laden. Wir müssen jetzt mal't. Oh. Die Tür. Und da ist es hier. Aber dann überlegen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020